In diesem Video zeige ich dir, wie du im Page Builder Elementor ein solches Hintergrundvideo für deine Webseite erstellen kannst und zusätzlich auch ein Fallback-Image beispielsweise für mobile Endgeräte hinzufügst. Ich bin Nils von Webbergeister.de. Viel Spaß im Video. Bevor wir in Elementor starten, noch der Hinweis, dass du ein Video bei deinem Video-Hoster beispielsweise Vimeo hochladen musst und auch ein entsprechendes Hintergrundbild benötigst. Darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Und wir starten hier in Elementor, erstellen einen Container, wie du in Elementor den neuen Container benutzt. Das zeige ich auch in einem weiteren Video auf diesem Kanal. Wir nehmen mal hier den ersten und brauchen dann hier erstmal eine Mindesthöhe. Die kriegen wir hier und geben da erstmal den Wert VH ein, also Viewport Height. Und die wollen wir auf 100%, also über die ganze Höhe des Containers hier haben. Und das haben wir schon mal so eingestellt. Und dann brauchen wir noch die Inhaltsausrichtung und die nehmen wir hier mit Center. Und so werden also alle Inhalte, die wir hier einfügen, später zentriert hier ausgerichtet. Und dann können wir uns auch schon an das Video machen. Das finden wir hier unter Stil. Und dann unter Hintergrund, da nehmen wir hier das Video und brauchen jetzt den entsprechenden Video-Link. Den kopiere ich mir hier aus Vimeo und nehme den in die Zwischenablage, kann den dann hier per Copy & Paste einfügen. Und schon wird das entsprechende Video auch hier angezeigt. Und wenn ich jetzt im Anschluss noch ein bisschen Text hier drüber legen möchte, dann macht das sich ganz gut, wenn ich das Video ein bisschen abdunkele. Also nehme ich hier nochmal eine Hintergrund-Überlagerung dazu und wähle hier unter Klassik eine Farbe aus. Nehme hier mit dem Farbwähler einfach mal eine dunkle Farbe, schwarz, sodass das hier ein bisschen Kontrast zur späteren Textfarbe bildet. Und zusätzlich kannst du hier unten dein Background-Fallback-Image einfügen. Dazu einfach draufklicken. Erst in die Mediathek hochladen. Ich habe das hier natürlich schon gemacht und nehme das mal hier als Auswahl und dann ist es hier eingefügt. Und das ist natürlich praktisch, wenn du dann auf einem mobilen Endgeräten dein Farbeck-Image hast oder auch sonst. Wenn es einmal Probleme mit dem Video geben sollte, dann hast du immer dieses Image, was angezeigt werden kann. Optional kannst du hier auch auswählen, dass das Video auf jeden Fall mobil angezeigt werden soll. Und ja, das ist so ein bisschen Geschmackssache. Kannst du natürlich machen. So ein bisschen geht dann die Datenrate deines Nutzers hoch und auch für die optische Sichtbarkeit ist das so ein bisschen eine individuelle Entscheidung. Aber das kannst du optional hier einstellen. Und wir gehen hier nochmal zurück und fügen hier noch etwas Text ein. Einfach mal mit der Überschrift hier per Drag & Drop reinziehen. Das wird jetzt wie gesagt hier alles zentriert ausgerichtet, dank der Container-Einstellung hier oben. Und wir passen hier nochmal ein bisschen den Text an. Wir wollen hier eine H1 haben und den Stil mit einer anderen Farbe. Nehmen wir mal weiß hier, dass das besser im Kontrast sichtbar ist. Und dann wollen wir das noch zentriert haben hier. Gehen wir nochmal auf Inhalt und ziehen das hier in die Mitte. Dann noch der Vollständigkeit halber hier einen Platzhalter-Text hinzufügen. Und diesen Text passen wir auch entsprechend an. Einmal hier unter Stil können wir den auch wieder zentrieren. Dann machen wir wieder weiß als Farbe. Fügen wir hier ein. Und dann können wir das Ganze noch ein bisschen schmaler sein. Die Breite können wir hier unter Erweitert anpassen. Nehmen wir hier Individuell. Wählen hier den Prozentwert, der schon vorausgewählt ist. Und nehmen wir mal 60%. Und auch das soll wieder in der Mitte ausgerichtet sein, sodass wir das hier vollständig eingestellt haben. Und dann können wir noch ein Call to Action hinzufügen. Nehmen wir hier noch einen Button hinzu per Drag & Drop. Wird alles untereinander ausgerichtet. Entsprechend hier auch halten und dann nochmal zentrieren. Und schon haben wir unser vollständiges Layout mit Video-Hintergrund angelegt. Ja, ich hoffe, das Video hat dir weitergeholfen. Wenn dem so ist, dann gib mir gerne ein Like, abonniert gerne meinen Kanal und kommentiere auch gerne über deine Erfahrungen in Elementor. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deiner Website.